Ja, schwere Vorwürfe wegen dieses Einsatzes der Polizei und den Abschiebungen kommen. Wenig überraschend heute von der Asylkoordinationsstelle und den Leiter Lukas Galeitner-Gerz begrüße ich in unserem Interviewstudio. Schönen guten Abend. Guten Abend. Der Innenminister, wir haben es gehört, sagt, man habe sich nur an die Gesetze gehalten. Es gibt eine höchstgerichtliche Entscheidung für diese Abschiebungen. Zählt das für Sie nicht? Also ich denke, man muss mal festhalten, dass ein Land, in dem Kinder, die hier geboren sind, die hier über zehn Jahre gelebt haben, hier zur Schule gehen, hier im Prinzip ihre Freunde haben, ihr ganzes Leben haben, keinen effektiven Zugang zu einem Aufenthaltstitel haben und in einer Nacht- und Nebelaktion abgeschoben werden. Dieses Land hat einen dringenden Handlungsbedarf, weil es ein Problem gibt. Ich denke, dass es hier der Verweis auf die höchstgerichtlichen Urteile ist zwar nett, wir wissen aber mittlerweile immer mehr, nämlich dass ein weiterer Antrag vorgelegen ist, dass die Behörde sogar die Entscheidungsfrist verletzt hat. Und ich glaube, es gibt eigentlich gar keinen Spielraum. Es hätte hier ganz klein Aufenthaltstitel gewährt werden müssen. Das heißt, die Gesetze sind miss, beziehungsweise sie zweifeln an der Kompetenz des Höchstgerichts? Also in diesem Fall ist es das Bundesverwaltungsgericht? Nein, in diesem Fall geht es darum, dass die Entscheidung zum jeweiligen Zeitpunkt, wo eben die Maßnahme getroffen werden muss, nämlich die Abschiebung, dass es hier Gültigkeit haben muss. Und wir wissen, dass die letzte Rückkehrentscheidung fast eineinhalb Jahre zurückliegt, dass hier maßgebliche Umstände hervorgekommen sind. Das Kind ist weiterhin in die Schule gegangen. Das Kind hat hier gelebt. Was hier von einer Integration zu sprechen ist, ist geradezu absurd, weil dieses Kind ist eine Österreicherin, die hat hier gelebt. Gut, jetzt wird der Ruf laut, wie fast immer, wenn so etwas passiert, nach neuen Gesetzen, neues Bleiberecht, neues Fremdenrecht und so weiter. Da heißt es, da ist ganz viel kaputt gegangen. Was gehört denn da repariert? Gut, diese Diskussion ist nicht neu. Wir sind hier schon einmal gestanden, oder schon mehrere Male. Ich erinnere an die Causa Aragona Zogai vor über zehn Jahren. Die Regelungen gibt es auf dem Papier. Wir müssen aber sehen, dass die Behördenpraxis und auch die Rechtsprechung hier das sehr restriktiv gehandhabt haben. Und hier offensichtlich, wie auch der Aufschrei zeigt, hier keine lebensnahe Lösung in den Gesetzen vorhanden ist. Und deswegen glauben wir, dass hier auf jeden Fall gesetzliche weitere Maßnahmen notwendig sind, die hier als Leitplanken für die Behörde und die Gerichte gelten müssen. Aber was könnte das konkret sein? Naja, also es muss einfach das Kindeswohl, das wie sogar im Verfassungsrang steht in Österreich, nachdem das Wohl des Kindes bei jeder staatlichen Maßnahme vorrangig zu behandeln ist, muss noch stärker in den Fokus rücken und den Behörden verdeutlicht werden, dass dies nicht nur auf dem Papier existiert, sondern auch in der Praxis umgesetzt werden muss. Für die Grünen ist das Ganze natürlich besonders heikel, klar politisch. Der Parteichef und Vizekanzler Werner Krogler meinte heute, es sollte vielleicht wieder diese Härtefallkommissionen geben in den Gemeinden, wo also dann die Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, die Schuldirektorinnen, Schuldirektoren vor Ort, also ganz nah dran, urteilen und beurteilen die Integration. Was hielten Sie davon? Ich denke, dass eine Lösung durchaus sein kann, das Ganze wieder aus dem BFA, also aus dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl herauszulösen und den Aufenthaltsbehörden in den Bezirken zu übergeben, weil die Integration soll dort beurteilt werden, wo sie tatsächlich passiert. Und es muss eine Möglichkeit geschaffen werden, für Personen, die jahrelang illegalisiert hier leben, auch hier ihren Aufenthaltsstatus wieder zu normalisieren. Noch ganz kurz in der ersten Instanz. Im Asylverfahren ist ja das Bundesamt für Fremdenwesen zuständig. Da schreiben Sie heute in einer Aussendung, dass hier das Problem beginnt, das sei eine weisungsgebundene Behörde. Sie agiert politisch nach dem Willen der FPÖ und ÖVP-Innenminister. Das sind eigentlich schwere Vorwürfe. Woher haben Sie das? Nun gut, wir wissen, dass das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl hier auch unter diesen Ministerien, unter diesen Parteien natürlich auch sehr viel Zuwachs bekommen haben. Es ist klar, dass hier ein ganz starker Drang hier da ist, die Asylgesetze zu verschärfen. Es wird an der Verschärfungsschraube gedreht und offensichtlich happert es aber nicht nur eben an den Gesetzen, sondern sogar noch an der Vollziehung dieser Gesetze und diese obliegt diesen Behörden. Herr Gerleitner-Gatz, bedanke mich ganz herzlich für die Besuche in unserem Studium, im Interviewstudio. Eine gute Nacht. Danke. Vielen Dank.